Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grimdawn mit Chantal Lafischi Den Katzen hinten im Hintergrund, die man hören sollte, weil sie gerade die Bude auseinander nehmen Und wir ficken jetzt wieder Geist, der da oben backt ein Geist rum Ja, ich seh's auch grad Kannst du mich treffen? Nein, vielleicht von einer anderen Position Oh Katzen! Vor allem am Anfang des Videos wollen wir immer so in die Kamera gucken Und dann sag ich, guck in die Kamera und was ich guck, dass ich in die Kamera bei mir nicht, weil wir stehen... Ähm, da steht gleich an dir Ja, man kann ja die Kamera so drehen, das ist cool Das ist cool Und hier schmischen wir hier rum Und sie machen so die... Oh Gott! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Die ganze Geisterbataillon Fuck you Oh, schön, dass ich nichts mehr sehe Also bis eben sind wir echt problemlos durchgekommen, sag ich jetzt mal Wir müssen hier jetzt mal wieder da hinlaufen, ist ruhig ne neue Aufnahme Genau genommen, ich bin da durchgekommen und er hat hier einfach hinterher geportet Nein, ich rede eigentlich von der Höhle jetzt gerade Achso Ja, okay, das war... Naja, das war nicht wirklich schon mal im letzten Part Es war einfach nur nervig, also... Also ich bin im letzten Part zweimal gestorben, glaube ich, oder dreimal sogar Ja, da hatten wir auch noch einen Boss da und da waren noch ein paar mehr Gegner, also... Weißt du, keine Ahnung Da haben wir auch die ganze Höhle nach da hinten erkundet dann Am Anfang bist du auch nicht gestorben Oh Gott, was kommt da alles raus? Oh, was grünes Oh, was grünes Oh 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 Gott Oh Gott Willst du nicht Oh Gott, in meinem Schuss ein bisschen ekelhaft geht sich so Du musst schon den zweiten Trank nehmen gerade Es sind gerade neue Geister gespawnt Hab ich gesehen Die spawnen dauernd doppelt Das ist so ein Trickspiel Ich versteh's vor allem nicht Wollen wir die Geisteröl holen? In welchem Spiel geht das? Äh, Witcher zum Beispiel, kann man sich über Öl auf die Waffen schmieren Ja, aber die helfen nicht gegen ne bestimmte Klasse, sondern einfach nur gegen alles Nein, die helfen gegen bestimmte Klassen, da hast du nicht aufgepasst Vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit und du spoilerst mich gerade Ja, das kann sein Checkmate Oh Gott, oh Gott, die machen grad Schadenhilfe Ich hab nur noch 100, äh, 200 Leben Da hättest du vielleicht mal eher herkommen sollen Ich hab grad nen Trank genommen Ich hab schon mal vergessen, dass du der Tank bist Oh, versehentlich nen Trank genommen Gut, dass ich am Anfang bis 26 hochgekauft hab Oh, meine Nase, oh Oh, ne, meine Nase, oh Also irgendwie sind die auch grad zu zwei Gegner wieder verschwunden Oh, ich hab Ektroplasma gefunden Da hinten sind wieder welche Okay Oh mein Gott, hast du nen Timer laufen? Ja Oh Gott sei Dank Ich kann mich auch noch an den Uploadplan erinnern Ja, ähm, es kam ja heute Also, wir laden, also ich lad das heute noch hoch Ich kann's nicht heute hochladen Mit dem letzten Part noch Ich könnte es vielleicht heute noch noch bringen Aber du kannst mir auch kurz vorbeibringen, dann lade ich sie kurz hoch Unter zwei Minuten Okay, vielleicht ein bisschen länger, aber nicht viel Kannst du auch, äh, Scherbs Rohdatein einfach hochladen? Könnte ich, ja Das wäre jetzt nämlich gute Qualität, oder? Ja Okay, gute Idee Ich bin so ein bisschen groß Ach so, 60 Gigabyte Nein, 100, 100 waren es ja mal nicht Kein, oh Gott, der ist ja riesig Ja, wirklich so Oh Gott, nein, ich bin wie ein ganzes Geisterbataillon Bei mir kamen die Stunjacks grad einfach aus dem Nichts geflogen Hm, nice Ich stand's neben mir und die Stunjacks sind einfach so Zu spät gesehen, dass ich Leben verliere Oh, Kittens, bitte Ja, fatal steht Ach, ich hab Hunger Oh, er hat schon wieder irgendwas, was er in MSP sagen muss Ich hab Hunger, ich muss auf Klo Ich hab Rücken, meine Maus ist scheiße Kappa, Kappa, Kappa Ach, ne Maus ist scheiße hab ich schon richtig lange nicht mehr erwähnt War's grad ein Kirchturm? Ja, der Kirchturm klingelt Sehr gut Ich sollte eventuell immer kurz das Fenster zumachen gehen Jetzt weiß jeder, wo du wohnst Nein! Im Kirchturm wohnt er Ja, ich wohne im Kirchturm Ist ein bisschen laut manchmal, aber ist ganz schön Ja, hat eine gute Aussicht Ja Ist schön für Vlogs Bei 164 Meter Höhe? Ne, 74 74, 74 Meter ist unser Kirchturm hoch Das weißt du ganz genau? Ja, hab ich nämlich neulich nachgeguckt Weil ich wissen wollte, ob der höchste Baum der Welt höher ist als unser Kirchturm Und ja, er ist höher Ja, sind die höchsten Bäume denn wie 30 Milliarden Terrakilometer hoch? Nein, der höchste Baum der Welt ist 115 aktuell Wir pflanzen 9 Viel höher geht nämlich auch nicht Doch, klar Ne, weil dann der Wasserfluss Unterbrochen wird Weil dann das Wasser schwerer wird, als der Baum saugen kann Also der Baum stellt den Unterdruck her Und das funktioniert dann nicht mehr Haut du Pflanze mit Fischi Also ich hab grad aus dem Gespräch mitgenommen, dass große Pflanzen nicht funktionieren Ja Nice Ich werd auch Gärtner Katze, nicht auf den Drucker Da hinten war ein Ausgang, warum wir durch den gehen? Ich hab keine Ahnung, wo wir hinmüssen Ja, Katze Und ich hör mal grad im Internet Och, die ist halt so knuffig Na, Finger weg von meinem Bier Äh, Apfelsaft In ner Flasche Achso Du musst Bier jetzt zensieren, was ich schon wieder gesagt habe Ja Genau, mach ich auch Ja, ich nicht Was? Ja, ich zensier's nicht Ja, ich auch nicht Doch, doch, du zensierst das Ne Soll ich so aus? Ja Okay Oh mein Gott Bier, Bier, Bier Bier sagen ist ja kein Problem, also Bier, Bier, Bier Das ist schon okay, aber Dann geht's Bier, Bier, Bier Ja, für... Oh mein Gott! Wenn du das trinkst, ist ja auch okay Was? Wenn du das trinkst, ist ja auch okay, aber ich trink doch kein Bier Bis jetzt zwölf, ne? Ich bin nicht krank, und der ist auch nur fast zwölf Gott Schimpfster Tag, weil ich lebe, diese Höhle Okay, wir sind raus Oh, wort, äh, Fug Oh, hier waren wir auch schon Passt Oh mein! Oh Gott, ich hab sie schon wieder angegriffen Greifen die eigentlich an, wenn man sie nicht angreift? Äh, nein Also mich jedenfalls nicht, ich wahrscheinlich schon Sind sie weg? Ich töte grad ein paar, also ich hab das grad das erste Tod Weil hier muss ich wieder auf Entfernung gehen, fällt mir grad ein Ich höre übrigens das, was meine Maus klickt nicht, nur um euch da von Erkenntnis zu setzen, wegen meinen Kopfhörern Ich hör mich zwar... Warte mal, kann ich nicht anmachen und dann hör ich mich nicht mehr... Oh, ich hör mich komisch selber, aber ich hör gar nichts anderes mehr Weiß ich nicht, was du mir sagen möchtest Ich hab grad, äh, dieses Quiet Comfort angemacht Bei diesem Schnauzehalten-Effekt Ja, genau, also ich hör jetzt nichts, was um mich rum passiert Das ist voll geil Das ist ein bisschen komisch Ich hör die Katzen nicht mehr, ich hör kein Klicken Ich hör auf den Tisch... Hast du mich selber? Nein, ja, also ich hör mich selber in meinem Kopf und das hört sich ganz komisch an Ganz komisch Das macht doch ziemlich viel Kopfschmerzen Wolltest du nicht auf Fernkampf gehen? Achja, danke Und du bist jetzt auch richtig laut und das Spiel ist jetzt richtig laut und das hört sich alles richtig gut an Gott, ich liebe diese Kopfhörer Ich bin mein auch zufrieden Hab ich schon mal gesagt, dass ich neue Kopfhörer hab? Glaub nicht Oh, ich hab übrigens neue Kopfhörer Er hat übrigens neue Kopfhörer Ziemlich geiler Oh, da ist Eisa Reden Äh, wer in der Hölle bist du? Sind du Eisa? Ich bin hier über deinen Partner Äh, das Schwein ist noch nicht tot Lass mich das erklären Das ist ein großes Verständnis Sag was du musst sagen, aber mach es schnell Ich bin nicht wirklich interessiert Gib mir halb der Profit Und ich werde sie sein Safer, vorbereitet für die Justiz Okay, was sollen wir machen? Das ist der Typ, der angeblich den Typen da abgestochen hat, den wir da liegen sehen haben Grad nochmal Okay Wir können jetzt entweder, äh, die Option nehmen, dass wir, dass er erstmal sich erklären darf Das, ähm, zweite Option ist, es ist uns egal, er gibt uns die Hälfte des Geldes Oder Option 3, wir töten ihn sofort Also er darf sich schon erstmal erklären Okay Okay Is the worst scam This mess wasn't about the hall of the Shred Professor Tried to rape my daughter, Josephine When we, äh, last camped out, I confronted him and he got violent running out there Along the road is the least he deserved for trying to overpower young girl Okay I'm sorry Warte Er versucht seine Tochter zu vergewaltigen Okay Okay Äh Just give me Drew's share of the loot and I will leave you I'm sorry, I rushed to judgment Be careful in the future Sorry, this sounds too convient Prepare to eat cold steel Also das letzte schonmal nicht Okay, dann haben wir noch, dass wir die Hälfte von Drew's Geld holen Oder dass, äh, wir sagen, es tut es leid, sei ein bisschen vorsichtig in der Zukunft Ich weiß nicht, wollen wir ihn ausnehmen? Ich mein, seine Tochter wurde fast vergewaltigt, aber wir brauchen das Geld Ich brauch das Geld nicht Ich brauch das Geld nicht Okay, dann brauchen wir es nicht Okay Ich bin sorry, ich verabschiede deine Verwaltung Be careful mehr in der Zukunft Ich kann auf deinen Trav, äh, Trav, äh, Trav, äh Trav, äh, Trav, safe stranger Farrell Okay 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 Eeeh Alter, ist das ekelhaft Ne, ist voll lecker Mh, oah, mh, tsch Besser mehr als die, äh Kommst du, können wir mal mit dir reden darüber, oder? Keine Ahnung Ich hab das Klopfen übrigens gerade kaum gehört Ich hab's gehört, leider Ich schätze, das war ziemlich laut Na, schmarrn Oh, hier ist voll viel Blut Mh, Blut, lecker, schmecker, klein und rund Und bist du weg, oder? Schimmer remains, okay Er ist einfach weg jetzt Er lag ja hier Okay Ich mach was rausgedroppt Hm Also ist er gestorben Ich hatte sie gar nicht vergewaltigt Und wir haben einfach nur jetzt dem Mörder geholfen Ja, passt schon Also wenn mir jemand erzählt, äh, seine Tochter wurde vergewaltigt Oder fast vergewaltigt Äh, dann immer gleich Hier ist ein Baumstumpf Gleich Oh, 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 oh Oh, ich hab vielleicht gerade Ätherchris jetzt geöffnet Öffne, äh, angegriffen Hilfe Ich kann nichts machen, wenn du die Walking Deads hast Tut mir endlich leid Ich versuche die Walking Deads loszuwerden Wann gehst du Walking Dead eigentlich weiter? Ich glaube, wir sind Tepper Ich hab keine Ahnung, ich hab das überhaupt nicht verfolgt Spiel oder Film? Ja, Film Serie, also Oh mein Gott, die waren alle echt! Ohne Scheiß Ich sterbe Äh, kann ich dir irgendwie helfen? Ja Ich hebe den Ätherchris erstmal auf, ich glaube das ist wichtiger gerade Okay Ja und jetzt? Töte die! Ich kann die Frontline stunnen, du musst die einfach nur töten Das ist schon okay Das ist schon okay Scheiß hab ich Hunger, also Der hat mal den, den Overs hier, der kann auch welche spawnen, glaube ich Also ich muss mal zwischen den Aufnahmen unbedingt was essen, Alter Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder, ich hab heute noch nichts gegessen Noch nichts genau Hättest du dir eine Pflanze im Garten essen können? Nein, die sind alle giftig Egal Ach, danke, danke, dass du so mit deinem Let's Play Kumpel umgehst Ja, du hast einen Geschmacksverstärker, die sind nicht giftig Hallo Katze Oh, ich hör die Katze nicht maunzen Oh, das ist so süß Ich seh nur diesen offenen Mund Oh, das ist so cool auf mich Gott, ich liebe Katzen Katzen sind die tollsten Tiere überhaupt Ach, Wildschwein Ne, ich mag keine Wildschweine Ich bin absoluter Katzenmensch Ja, ich hab mal Bilder von Wildschweinen gemacht Ich weiß Oh Gott, oh Gott, da kommt viel zu viele Hopp Ich bin gefroost, danke Ich bin gefroost, danke ja okay es nervt mich zu mich mit dem die kreuz gerade also ich bin ziemlich geile Funktion aber wenn man dabei redet ist es richtig ekelhaft ich habe am liebsten einen Kopfhörer runter und Prozent ich kenne jetzt mal ins Bequiet und machen das alles viel lauter was ist ein Sound richtig stark verstärkt solche auf einem Ohr nichts und auf einem Ohr alles jetzt sprichst du dich krass an ja das ist ziemlich cool ich glaube wir sollten den Reanimator töten der Spont neue ja aber oh mein Gott war nicht nur ein Antatschmier meine Leiste ist fast leer ja meine ist schon die ganze Zeit leer äh gehen wir da wo du lang gehst oder da wo ich lang gehe oder da unten ist auch noch ein Weg Alter sind hier viele Wege ne da unten ist kein Weg das sieht nur so aus das hier was die Höhle ich würde sagen wir gehen erstmal hier lang weil das hier schön aussieht okay und weil hier ein Portal ist okay das ist äh nein Katze nicht auf den Computer nicht auf den Computer okay ich habe eine Quest gefunden hallo nein hallo herzlich willkommen zu euch hier abandaten die Karte sind ich war gefragt ob du uns alle helfen kannst was du mit Unterstützung brauchst bla 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 continue äh find lost rover äh okay hier ist noch 4 Minuten hab ich gerade geguckt nicer dicer 5000 hier unten sind noch eine Quest nicer dicer 5000 äh grittig stranger pleasure to meet someone who doesn't begin a meeting with weapons ähm ja der Hammer in meiner Hand er ist ne Gorilla ist einfach blablabla sure hey ähm collect dynamite gut oh god oh god so hierüber gehen wir noch nicht das heißt wir erkunden erstmal hier oh da ist was da ist was oh hier hat was gefunkt gerade hier wahrscheinlich sind unsere Karte hier richtig verskillt schon sowieso also meine sowieso ich habe auch einfach eine komplett unnötige Masterylight zweites genommen trotzdem bist du nicht schlecht Alter ich bin noch Level 23 ich bin schon Level 25 das ist halt der Vorteil wenn man nicht stirbt ja hast du schon die Granate mal geskillt? nein ich skille aktuell glaube ich in irgendein Skilltree der effektiv den Schaden höher macht weiß ich nicht mehr ich kann ja mal kurz nachgucken erst war das ne ja ich skille aktuell ja ein äh den Firestrike das ist da macht Schaden hoch ok das hört sich gut an die Granate ist richtig weit weg noch alter dafür muss ich erstmal noch 5 weitere Punkte in den Haupttree skillen mhm das gehe hier noch einen Punkt rein und in meinen Schild stun was soll ich mal warum brauche ich so viele Punkte boah ich muss auf Klo dann kannst du noch ein paar Minuten ja es hat glaube ich schon wieder ein Update gegeben hatten wir doch irgendwie festgestellt ja ich weiß noch nicht ob das der vom letzten schon war auf jeden Fall der dritte Akt ist jetzt fertig der dritte Akt ich guck mal kurz auf der Karte während ich das Vieh tanke der geht jetzt bis hier oben also ich glaub ab Sorrows Bestien das hier ist alles neu und ich hör mich grad bei dir selber kannst du eigentlich nicht hab ich aber grad gemacht und das hier hier unten wird dann wahrscheinlich der vierte Part spielen ich weiß nicht wo genau aber die ist ja ein ordentlich Platz auf der Karte also das ist schon ziemlich cool ja ja und ich glaub damals als ich gespielt hab ging es bis etwa bis etwa hier also hm ich bin mir nicht mehr sicher so komm wir mal schnell wie denn wir haben damit du nicht auf Klo gehen kannst wir haben noch andere Terminierten oh my god no das gut aieiaiai aieiai aieiaiai okay wir gehen also erst links lang und dann noch mal links lang. Ja, ich wollte hier so den ganzen Bereichs mehr erkunden und gucken, wo hier überhaupt Wege sind. Okay, okay, schreib mich nicht an. Tut mir leid, dass ich mit ein bisschen Planung durchgehen möchte. Das soll ich ja leid tun. Ich hate mich halt. Ja, tue ich. LP beendet, LP beendet, GG. Du wiederholst dich. Ich weiß. Der Kirchturm leuchtet schon wieder. Danke. Wieder? Hier bin ich kaputt getreten. Ich, ich klicke einfach, ich halte einfach die ganze Zeit bei der Maus gedrückt und auf einmal ist irgendwas, was ich kaputt drehte. Oh, okay, sind wir auf Treppe. Stimmt, ich hab mir auch schon gedacht. Das ist schon immer wieder uns angelockt. Bogenschützen, ja. Vielleicht sollte man nicht unbedingt gehen. Okay. Okay, okay, dass wir die ekligen, ich glaub, dann warten wir einfach hier, bis das Tag wird und weinen. Denn wir haben es nur 23 Sekunden. Dann würde ich sagen, wir enden wieder in der Schädenpark. Hier haben wir uns gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal, Herr und der Renager. Tschüss.